Hallo, ich bin die Hanni, herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfallen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Ich habe hier heute für euch, ihr werdet auch die Menschen, den habe ich doch schon mal gesehen und jetzt doch noch einer. Es ist jetzt wirklich der letzte Befüllt für Ebay, weil das ist ja eigentlich der aktuellste Pinkbox Adventskalender von Beauty Love. Hier der Pinkbox Adventskalender hatte ich bei Ebay reingestellt, für weniger wollte keiner haben. Da habe ich mir so überlegt, gut, dann lässt du ein paar Produkte drin, ach so, zeige ich euch gleich nochmal was, und befüllst den neu um. Und ich will euch jetzt mal zeigen, was ich jetzt reingepackt habe. Das meiste ist hier drin geblieben, ne? Genau, das sage ich dann immer dazu, aber ich habe mir dann doch ein bisschen was rausgenommen, ne? Ja, und, ach toll, das war jetzt auch lustig. Und, wenn nicht interessiert, schöne Augen hat sie heute. Ich habe gerade die Goodiebox Crush abgedreht. Na, wann das Video kommt, das muss ich noch davor hochladen. Da werde ich nicht drum rum kommen, genau. Ähm, die Goodiebox Crush abgedreht. Und da habe ich so gezeigt, welches Make-up, welchen Look of the Day ich heute im Gesicht habe, ne? Ja, genau. Und, ja. Weil manch einer unter Nagellacken hört, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, guckt da hier oben nach. Vielleicht wird es auch der aktuellste Upload sein oder Video-Vorschlag. Einfach mal gucken. So, ich muss jetzt mal kurz nochmal euch wegmachen. Ihr seht jetzt wieder so milchig aus gerade. Warum auch immer, ich weiß nicht. Also mein Handy ist heute wieder, ah, jetzt, jetzt ist wieder, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ähm. Den Pinkbox Adventskalender bekommt ihr bei Beauty Love. Zu überteuert bin ich der Meinung, ne? Aber den gibt es jetzt auch ein bisschen günstiger. Jetzt ist ja hier Singles Day und jetzt kommen bald die ganzen Black Fridays und Black Mondays und wie die alle heißen, ne? Und da könnt ihr den vielleicht auch nochmal günstiger kriegen. Ähm, ja. Ich zeige euch jetzt erstmal, ähm, was mit drin war, was ich mir rausgenommen habe. Und zwar von Betty Barclay. Das war hier mit drin, indem man, das habe ich jetzt rausgenommen. Das riecht so toll. Oh, Oriental Bloom Creme Dusche 75ml habe ich mir mit rausgenommen. Ich habe für den Kalender halt selber bezahlt, ne? Alles, was ich hier zeige. Ich kriege hier nichts gesponsert, weil ich keine Kooperation habe. Das bezahle ich alles selber. Und dann nehme ich mir natürlich, was ich haben möchte, für mich natürlich raus, ne? So, dann habe ich von Got2b dieses Hitzeschutzspray. Das ist nämlich gut. Und ich brauche mir das ganze Jahr, ich habe noch welches drüber. Ich brauche mir kein Hitzeschutzspray kaufen, ne? Weil ich habe das immer aus irgendwelchen Adventskalendern rausgeholt. Da habe ich nochmal eins im Backup. Dann habe ich von Leaves Stafford ein Trash. Das Trockenshampoo, das habe ich mir auch rausgenommen. Das kann ich immer gut gebrauchen. Kaufe ich mir auch nicht mehr, weil ich ja Haufen im Backup habe, ne? Da habe ich immer was da. Die kleinen Dinger sind auch sehr gut, wenn man mal wegfährt für unterwegs Urlaub, ne? 50 Milliliter. Das hatte ich schon mal, glaube ich, gehabt. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Dann habe ich das Getränk Organics von Red Bull. Das Black Orange. Das habe ich jetzt rausgenommen, ne? Also, ich finde, ich gehöre nicht in einen Adventskalender rein, bin ich da. Wenn es jetzt mit Apfel-Zimt-Geschmack wäre oder Cookie-Geschmack oder keine Ahnung, ne? Dann hätte ich es ja auch verstanden, ey. Aber, ja, ich dachte, das nehme ich raus. Von, äh, die von Shabins, das Hyaluron-Serum, das hat mich gereizt, ne? Das habe ich rausgenommen. Und den Make-Up-Entferner von Lavera, den habe ich auch rausgenommen. Der ist, das ist zwar Micellen-Make-Up, aber, ähm, ich schwöre eigentlich auf mein Isana-Make-Up-Öl hier zum Schütteln. Das ist auch so ein Zwei-Phasen-Make-Up, ne? Ähm, aber das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn man sowas immer als Reserve da hat, wenn mal wirklich das Make-Up, der Make-Up-Entferner ausgegangen ist, ne? Dann hat man immer mal was anderes da. Aber ich will das trotzdem mal austesten. Ich will mal gucken, wie das ist. Vielleicht ist das mit Micellen doch nicht so verkehrt. So, und ich würde sagen, dann gucken wir mal, was ich drin gelassen habe und was ich dafür reingepackt habe, ne? Ich würde sagen, wir machen dann jetzt mal los. Den stelle ich übrigens wieder rein, äh, die Auktion wird wieder ab 1 Euro losgehen. Äh, meine Kalender, die sind wirklich beliebt, muss ich sagen. Also ich habe da richtig viele Angebote, also, ja, wirklich. Also, ich würde gerne noch viel, viel mehr machen, aber ich habe wirklich nicht mehr. Also, das muss ich jetzt langsam mal reichen und, genau, für 1 Euro stelle ich in Reihen Auktion und 6,99 Euro Versandkosten. Den Link findest du unten in der Infobox, da kommst du denn direkt auf den Kalender, ne? In der 1 ist drin, ne? Habe ich drin gelassen. Das war hier schon mit drin. Ich habe es ja in groß da. Einmal von Nutralash, das Eyelash Formular 2.0. Ein Serum für ihre Wimpern, ne? Genau, das habe ich drin gelassen, weil, wie gesagt, so sieht es aus. Schöne Umverpackung, ne? Mhm. Ein Milliliter und das ist wirklich gut. Das macht man halt immer abends rauf, nachdem man sich das Gesicht gereinigt hat, ne? Ähm, auf den, äh, Wimpernkranz, ne? Macht man das und am besten immer abends. Und das ist wirklich gut, hatte ich schon mal gehabt. Das ist ja auch in dem Brigitte-Box-Adventskalender drin, ne? Sechs Milliliter, glaub ich, ne? Drei Milliliter, oh Gott. Und das ist ein Milliliter, aber schon mit ein Milliliter kommt hier eine Weile hin. Der zwei, der zwei. Das habe ich hier mit rein gemacht. Das war hier nicht mit drin. Einmal von This Works kommt dieses Deep Sleep Pillow Spray, halt fürs Kissen, ne? Genau. Äh, finde, also ich brauche das nicht, weil, ähm, entweder schlafe ich gut oder nicht und da hilft mir jetzt auch so ein Spray nicht weiter, ne? Also, ja, und hier haben wir, das ist, glaub ich, diese Probiergröße, ne? Das ist jetzt nicht die Originalgröße. Milliliter, zehn Milliliter. War hier schon mit drin, ne? Weil ich benutze, weiß nicht. Von Nature Box, äh, Reparaturfeste Shampoo für Schutz, für Schutz vor Spliss. Genau. Ein 85 Gramm. Genau. Und das ist so mit Avocado, mit kaltgepresstem Avocadoöl. Ja, das riecht wirklich gut. Ähm, so sieht's aus, ne? Da ist auch ein Stück drin, ne? Es riecht gut, aber ich benutze kein festes Shampoo. Ja, ich könnte sowas aussehen für Pinsel reinigen, aber da habe ich auch noch andere Sachen da. Äh, ja. Und immer mal sowas nicht lange. Solche Dinger halten immer nicht so lange, ne? Am besten immer sofort verwenden, ja, und nicht, wenn es ein Jahr rumliegt. Das, weiß ich nicht. Es fängt dann komisch an zu riechen. Also, die schlagen dann so, ach, keine Ahnung, wer sind sie nicht, aber, ja. Deswegen ist das schon ein Grund, warum ich das auch nicht verwende, weil ich immer anderes da hab, was ich muss. Vier. In die vier hab ich kein Bier gepackt. Ach, da hab ich drin gelassen. Es war hier schon mit in dem Kalender von Invisible Bobble. Dieser Haargummi, ne? Innen drinne ist halt ein Telefonkabel Haargummi. Das seht ihr hier. Und das ist ein schwarzer. Ich habe schon schwarze Haargummis da, Zopfhalter da. Und, ja, dachte ich so, den brauch ich nicht nochmal. Das ist so ein Samtstoff, ne? Der um den Gummi drum zu ist. Ein Tag von Nikolaus. Da hab ich drin gelassen. War hier schon mit drin. Einmal von Lovus Heilerde die Clean Peel Maske für alle Hauttypen. Naturreine Heilerde mit Aprikosen Samen. Reinigt, Poren, Tiefklärt und Beugt. Peel, Sanft, Glätte, Zart, Werfeinheit, das Hautbild, Soforteffekt. Vegan. Zwei so eine Sachets, ne? Also da kommt man auch ewig hin. Also ich glaube, pro Sachet, das kannst du drei Mal, zwei bis drei Mal verwenden, je nachdem. Oh, sechs. Wir haben jetzt Nikolaus. Da hab ich einmal, ja, dieser, ich hab den jetzt drin gelassen, weil der hier mit reingehört. Einmal die Lerche und der Fürst. Und die Fürst. Der Lerche und die Fürst. Achso, ja. Sei das pink und all dem grau. Das ist halt dieses, hier geht's zum Download. Ja, so ein Podcast oder so, wie man das nennt, weiß ich nicht. Irgendwie Feminine Meditation. Habe ich drin gelassen. Aber das war in der drei drinnen nur das. Und das fanden viele, glaube ich, nicht so gut, ne? Und dann habe ich hier mit reingepackt in die sechs, weil ich dachte, das ist ein schönes Nikolaus-Produkt. Einmal von Bella Pierre, diese Plush-Palette. Plastik-Verpackung und da haben wir mit Spiegel. Und ihr seht, hier sind vier verschiedene Blushes drin. Brauche ich jetzt nicht diese Palette. Ich habe von Bella Pierre, Plush-Star, ne? Und das sind alles Matt-Töne. Das sind jetzt auch nicht unbedingt alles Schimmertöne. Ja, finde ich ist doch eine gelungene Sieben. Die Sieben, die Sieben. Was habe ich denn da reingemacht? Ach, habe ich drin gelassen, war auch hier mit in dem Kalender. Ja, einmal diesen Power Plumping Gel Lipstick von Cat Trees. Ich mache den auch nicht auf, der bleibt zu. Das Klebi bleibt zu. Ich zeige euch mal die Farbe, so sieht sie aus, ne? So eine Farbe habe ich schon mehr wie genug da. Genau. Das ist die Farbe Flower and Herb Edition 040. Und Plumping heißt ja auch, dass es so ein bisschen die Lippen voller wirken lassen soll. In der Acht. In der Acht. Weil ich ja die Serum-Kapseln da rausgenommen habe, dachte ich so packe ich von No Make Up dieses Hyper Calm 2 Fast Load Serum Shake Today. Okay, okay, ähm, 20 Milliliter. Dachte ich so packe ich das Serum mit rein. Und es soll so halt so ein bisschen für eine nachhaltige Wirkung morgens und abends wengetropfen auf die gereinigte Haut auftragen. Ja, das ist aus. Anti-Redness, ne? Steht hier auch oben. Anti-Redness habe ich nicht, weil ich habe keine Rötung und deswegen macht es für mich nicht Sinn, sowas auszutesten. Und das kommt in so einem, ähm, Glasflakon, ne? Obwohl mich das reizen würde. 20 Milliliter und das muss man halt schütteln. Das setzt sich ganz schön hier unten ab. Das muss man halt schütteln. Aber wie gesagt, es würde bei mir nichts machen, weil ich habe keine Rötung. Ich brauche immer Sachen, die so feuchtigkeitsspendend sind und die meine Haut wacher wirken lassen, weil ich immer sehr müde aussehe. Ich kann ausschlafen, wie ich will. Ich sehe frühe, wenn ich aufstehe, immer müde aus. Ja gut, jeder sieht müde aus. Aber wirklich, wenn ich halt mich nicht schminke oder so, sehe ich den ganzen Tag müde aus. Ja, das ist halt so, ne? Und dann brauche ich dann immer solche Geschichten, wo ich munter würde. Die 9. Die 9. Die 9, die 9. Die 9. Erfreuen wir uns über Wildrose Argane, ein fester Conditioner, ne? Zu dem Shampoo. Sowas benutze ich halt auch nicht. Wenn ich kein festes Shampoo benutze, benutze ich auch keinen festen Conditioner. Muss ein bisschen aufpassen, nicht so in der wackeln. Das riecht wirklich gut. Ich liebe, ich liebe diesen Geruch von Rose. Aber na, nee. Nee, das ist nicht so. Festes Sachen sind nicht so meins. Und das ist, wie viele Gramm haben wir hier? 60 Gramm, ne? Da habt ihr auch das große Stück. Also diese festen Sachen reichen ewig. Die 10. Die 10. Die 10. Die 10. Oh, zwei Sachen habe ich reingepackt. Passt war nicht zusammen, aber ist egal. Einmal von Langhaermädchen, ne? Haaröl Elixir Intense Repair. Einmal dieses Haaröl, was man von den Längen bis in die Spitzen reinmacht, ne? Und passt war nicht dazu, von Douglas habe ich den Topcoat mit reingemacht. All in one, zwei in ein, Kot. Kann man als Base und als Topcoat nehmen, ne? Unter den Nagel, über den Nagellack drüber. Und das ist auch eine große Größe. 10 Milliliter. Ja, und hier, in dem hier haben wir 20 Milliliter. In die Schnapszahl, nein, immer noch Pettschnaps reingepackt, habe ich diesen Wonder Balm reingemacht. Wildrose Beauty Balm. One Pot Wonder Certified Organic. So wird das ausgesprochen. 15 Gramm. Das ist dieser Wonder Balm in so einer Blechding. Allerdings, den könnt ihr für alles nehmen, wenn ihr mal so trockene Stellen habt. Für die Lippen zum Beispiel, ne? Ich habe jetzt echt gedacht, so weil hier irgendwie kein Lippen... Doch, Lippenbalsam ist auch mit... Aber ist ja egal. Ich meine, man hat auch mal im Winter trockene Stellen an der Haut, Ellenbogen, Schienbeine, wie auch immer, ne? Oder vielleicht auch für die Hornhaut oder so. Aber wenn ihr mal wundene Stellen habt, wie zum Beispiel nach dem Naseschnaupen unter der Nase, ist es im Winter nun mal oft, dann hat man so wundetrockene Stellen. Und ich habe auch so einen Balm da und der reicht mir. Und da dachte ich so, dann brauche ich den jetzt nicht nochmal. Und die helfen wirklich Wunder, ne? Richtig gut. Halbzeit. Halbzeit. Da ist er. Von Be Natural. Dieser Beeswax Lip Balm. Genau. Pomegranate. Granate. Pomegranate. Granatapfel. Ne? Mag ich. Aber ich habe meine Lippenbalsam da. Und ja, die sind auch wirklich gut. Ich habe noch mit Kokos Vanilla einen da. Und ich habe noch einen anderen da. Und deswegen reichen die mir. Und ich werde wahrscheinlich den Winter nicht so oft rausgehen, weil wie gesagt, ich bin ja seit Oktober zu Hause. Und ja, wenn ich, ja es sei denn, ich finde doch irgendwie Arbeit oder so. Und da werde ich sowieso nicht so viel, meine Lippen. Werd ich nur ein bisschen, wenn ich mal rausgehe. Und ja, ne? Einen Lippenbäum kann man im Winter immer gut gebrauchen. Und Bee Nature ist wirklich gute Marke, ne? Ich weiß auch, viele von euch schwören auch oft drauf, ne? Da höre ich oft immer Kommentare, ja, die sind wirklich gut, Bee Nature, ne? 13. Die 13. Die 13. Der Lippenbalsam übrigens von Bee Nature war hier schon mit drin. Jetzt habe ich hier was reingepackt, was hier nicht mit drin war. Komm raus. Jetzt bin ich raus. So. Haben wir einmal von Tepizé das Bashi Brow Gel. Und dazu von Kiko Milano diese güldene Pinzette. Dachte ich so, das passt doch, ne? Bevor man sich halt die Augen geln, äh, die Augen geln. Die Augenbrauen geln flott macht, dass man die vorher halt zupft. Ich zeige euch das mal. Genau, so Hartplastik, so sieht's aus. Das soll wohl auch die Augenbrauen wachsen lassen. So habe ich mir das, oh, das ist so klein geschrieben, ich kann das eigentlich nie lesen, ne? Ja, ich glaube, so war das gedacht. Aber vielleicht kann man das so einfach nur als Augenbrauen geln nehmen. Aber ich dachte mir so, da ich ja Augenbrauen habe, da braucht nichts mehr wachsen, ne? Da habe ich gedacht, nee, das werde ich auch nicht ausprobieren. Und nachher wachsen mir richtige Augenbrauen und dann sehe ich nachher aus wie die Oweigel, ne? Also das geht nicht. Ja, und wir haben einen Liter, ne? Da ist die Pinzette fast größer wie das Augenbrauen geln. Aber ich dachte, das passt halt so zusammen. 14, nur noch 10 Tage bis zum Heiligen Abend. Ja, es rückt so langsam näher, ne? Weihnachten ist beides. Habe ich drin gelassen, da war hier mit drinne von Banana Beauty Fake Lash Mascara. Ich habe schon einen von Banana Beauty da. Ist in Ordnung, ne? So sieht die Umverpackung aus, genau. Und ist großes Produkt, ne? Und soll halt, ja, falsche Wimpern wohl machen, ne? Also so den Look von falschen Wimpern-Effekt, genau. Ist auch riesengroß, äh, ich glaube, das ist auch Originalgröße von 10 Millen. 15, die 15, die 15, die 15 ist so schwer. Habe ich drin gelassen, weil der war hier mit drin in dem Kickbox Adventskalender. Weil ich habe die Farbe schon so da. Und zwar ist das von Essie der Virgin Snow, ein großer Nagellack. Ja, das ist für mich eher so Pastell-Frieder-Farben, ne? Und dann habe ich mir so gedacht, ich habe ja den Max & More Adventskalender im Box. Ja, so mystisch war der. Ihr seht da ja, hier ist ja der Hintergrund, ne? Das finde ich so toll. Und da war diese Nagelfeile mit drinne. Und da habe ich mir so gedacht, passt doch farblich gut zusammen, ne? Da habe ich so mit reingepackt, ne? Passt halt farblich, ne? Ja. 16, das ist die größte Box aus dem ganzen Kalender. Und da habe ich drin gelassen. Die war ja auch mit drinne. Einmal von Pasa diese Bürste, ne? Genau, seht ihr. Und zwar ist das Pasa, ja, das Pasa. Entwirrbürste Red Dry. Die Tangling Brush Red Dry, genau. Für normales Haar. Weniger Haarfallus, obwohl können ja eigentlich gebrauchen, ne? Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Einzigartige, multiflexible Nylon-Pins. Okay, es sind halt wirklich Borsten aus Nylon. Keine Tierhaarborsten oder so von irgendwelchen Wildschweinen, ne? Genau. Und ja. Ich habe meine Haarbürsten da, zwei Stück. Und ja, wenn ich jetzt so eine bräuchte, hätte ich die behalten. Aber wie gesagt, die reichen mir jetzt noch. Und 17, 17. Ach, ich weiß schon was. Das habe ich drin gelassen. Das brauche ich jetzt nicht wirklich, ne? Ähm, das habe ich schon da. Von Sir Humble & Co. Es kann jeder gut gebrauchen. Zahnseide-Sticks, 40 Stück. Ich habe es da. Griff hergestellt mit nachwachsenden Rohstoffen. Zweifacher Faden für eine intensivere Reinigung. Mit Minzgeschmack für ein frisches Gefühl im Mund. Wie gesagt, ja, es kann man immer gut gebrauchen. Keine Frage, ne? Weil man isst ja dann doch mal so gerade so Fleisch. Oder was ich auch immer oft, wenn ich Salat esse, dann hast du immer mal so einen Salatfaden hier rüber. Es ist schon ganz praktisch. Aber ich habe sowas da. Und ja, brauche ich jetzt nicht nochmal. Und, ähm, sollen aus, mit pflanzlichen Rohstoffen sein. Naja, 18. Die 18. Die 18. Ja, habe ich, ähm, dachte ich so, irgendwie fehlt es, hat es hier an Gesichtscreme gefehlt, fand ich in dem Kalender. Und da habe ich mir so überlegt, packe ich doch von Polar diese Gesichtscreme mit rein. Ich glaube, die Marke ist auch bei vielen sehr beliebt, weil die ist teuer, ne? Und viele mögen die, ja. Einfach eine Gesichtscreme. So ein bisschen so, äh, protective anti-age, ne? So ein bisschen schon, ja, ähm... So ein bisschen für feine Lilien, äh, liene ich immer mit meine feinen Lilien. Lilien, genau. Und, boah, dachte ich so, packe ich die hier rein. Ich glaube, die kann man früh und abend nehmen. Ey, das ist Polar. Und wie viele Milliliter sind hier drinne? 20 Milliliter. 19. Die 19. Habe ich drin gelassen, das war ja auch mit drinne. Da dachte ich so, ja, ähm, von Bär Minerals dieses, ähm, Ageless Radiance Facial, ne? Ähm, ja. Das ist wie so eine Art Maske, die macht man, ich glaube, das steht so auf der Tube, bloß oben auf der Verpackung steht das nicht oben. Ich lese nochmal vor. Soll man halt 15 bis 20 Minuten oben lassen, soll man dreimal die Woche machen, ne? Und, ja, soll so ein bisschen, wenn Ageless oben steht, mit Pytho, aha, okay. So ein bisschen, ähm, das Gesicht glätten, ne? So feine Lilien schon mal ein bisschen. Lilien. Honey, Linien. Die rafft das nicht, die kriegt das nie hin, ne? Ja. Ja, sowas habe ich genug da. Deswegen dachte ich so, lasse ich das hier in dem Kalender drin. 20, zweier Bereich. Wir sind im 20er Bereich. Zwei Produkte. Habe ich einmal von Kiko Milano, den Green Me Eyeliner. Ich benutze ja sowas nicht, ne? Ja, das ist dieser Dip Eyeliner. 2,5 Millen Liter, klasse schwarz, ne? So. Und dann habe ich dazu reingepackt einen Line Refine von Maybelline Express Kajal Soft Coal Liner. Und das ist ein ganz normaler schwarzer. So, 21, große Box, ne? Ach, na, hier. Haben wir unseren heiß geliebten Guascha Stein. Ähm, ne, kennen wir alle. Ich lasse den auch drinnen. Wir wissen alle, wie dieser Guascha Stein aussieht. Hier ist er abgebildet, ne? Ja, Massage-Tool. Ja. Soll eine gute Sache sein, aber. Ja, der war hier mit drin. Und doch, wieso lasse ich den auch? Hier, 22. Ist schwer, aber ich weiß auch schon, was drin ist. Einmal von Haarliebe Haarkur Pflegeschatz. 100% vegan, ohne Silikone. Recycled Artikel. Und zwar für gefärbtes und getöntes Haar. Eine Haarmaske, ne? Drei Minuten einwirken lassen. Danach gründlich ausspülen. Also, macht man halt nach der Haarwäsche, ne? Ja. Wie gesagt, erstens. Und wie viele Milliliter haben wir hier? Habe ich das schon gesagt? Das ist große Größe, ne? 200 Milliliter. Ich habe keine getönten Haare, ne? Und ich habe meine Masken, Haarmasken sowieso im Backup da. Was ich halt so gerne mal ausprobieren. 23. 23. Es ist nur eine Probe, Aber das soll ein teures Ding sein. Zum Baden oder zum Duschen, ne? Einmal von Aromatherapie Associates London. Kenne ich nicht. Diprolex Bath & Shower Öl. Und, ähm, ja. Kann man zum Baden nehmen. Es ist nicht mein Duft. Ich habe echt gedacht, das kann ich für mich behalten. Ach, boah, das riecht so... Manch einer mag diesen Duft. Das riecht wirklich streng holzig. Ich glaube, das soll wohl auch mit Lavendel sein. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ja, und am besten halt Sleep & Tranquility. Tranquility. Ja, ist wirklich ein kleines Öl. Drei Milliliter. Ähm, wenn man jetzt vorm Schlafen gehen, Baren geht, soll das wohl halt auch so bisschen wohl beruhigend sein. Ja, ein Tag vor Heiligabend passt das ja, ne? Um sich nochmal ein bisschen zu entspannen, weil dann stressige Weihnachten los geht an Heiligabend, ne? Kann man sich nochmal schmutzeln. Zum schönen Badeöl entspannen. Heiligabend. Es ist Heiligabend. Große Box. Und Honey packt ja nicht nur ein Produkt rein. Da hatte ich mir so überlegt. Einmal lasse ich das Gewinnspiel hier mit drin, ne? Das lasse ich hier drin und ich werde den Code doch nicht einscannen oder benutzen und bei dem Gewinnspiel mitmachen. Das mache ich nicht. Ähm, ja. Die Chance steht ja immer von 1 zu 1000, dass man ja bei sowas mal gewinnt. So, dann habe ich diese Ohrringe drin gelassen. Ich muss die jetzt, glaube ich, doch mal auspacken. Ich muss die ja dann auch für Ebay abfotografieren, ne? Damit die das ja auch sehen. So sind die, ich finde die wunderschön. Guckt mal, ne? Da waren auch, ähm, es war so ein Entweder-Oder-Produkt. Andere hätten auch andere Kreolen drin gehabt, aber da waren einige von Berminderes. Es war auch Entweder-Oder-Produkt von Zick-Schmuck, ne? Es ist einfach nur Modeschmuck. Und die haben so Steintieren dran. Das, die gefallen mir gut. Ich muss euch wirklich sagen, hätte ich meine Tunnels nicht, ne? Ihr seht ja, ich habe Tunnels, ich habe auch noch, hier auch noch Ohrlöcher, aber da sieht das doof aus, wenn man sich da Kreolen reinmacht. Ich finde, das sieht besser aus, wenn man denn hier, wo es so ein Steckerchen reinmacht. Und, ähm, hätte ich meine Tunnels nicht, hätte ich die behalten. Ich finde die schön. Die würde ich mir wirklich auch reinmachen. Die sind wirklich sehr schön, ne? Ja, genau. Da dachte ich so, passt doch schön zu Weihnachten. Und, ich habe ja die Pink Box ausgepackt, die Sparkle Party, ne? Die Edition Sparkle Party Box. Und habe ich mir so überlegt, dann packst du das hier mit rein. Von Catrice Cosmetics, die Move Palette, die Mouth Palette. Eine Nudefarbene Palette, ne? Dachte ich so, die passt doch zum Heiligabend. Passt die schön hier mit rein. Weil ich habe gesagt, ich brauche die nicht. Ich habe, Catrice habe ich schon da Paletten und die Farben habe ich so eben nicht auch da. Und da hat man hier Schimmertöne, wie Matttöne, Highlighter Ton, Base Coat, ne? Genau. Da habe ich mir so überlegt, packe ich die doch hier mit in die 24 rein, als ich da gestern die Box ausgepackt habe, ne? Ja, ihr Lieben, ist wieder, wie gesagt, für Ebay. Link findet ihr und findet ihr in der Infobox, wer mitbieten will. Viel Spaß, viel Erfolg. Oder wer jetzt einfach mal geguckt hat, Mensch, was hat sie denn da reingepackt anstatt dessen? Oder was hat sie drin gelassen? Ne, habt ihr jetzt gesehen und wie gesagt, was ich halt, jetzt kriegt das hier direkt, was ich halt dazu gepackt habe, ne? Ist ja noch mal, ne? Ich habe mir so überlegt, ich habe erst überlegt, ob ich den für nächstes Jahr aufhebe und neu befülle. Aber, da hätte ich wieder so viele leere Kalender hier rumliegen und ich habe dann sowieso wieder neue, weil ich packe ja auch hier einen Tag für mich drei Stück aus und was ich noch so da habe, ne? Und da dachte ich so, sonst hast du hier wieder so viel rumliegen und da dachte ich so, dann wirst du den dieses Jahr auch noch mal, ne? noch mal befüllen für Ebay und dann ist auch Schluss. Weil dann geht's ja, ist ja eigentlich schon soweit. Dann geht's ja schon los mit den Adventskalender-Türchen öffnen. Ja. Und, ja, ne? Genau. Und ansonsten, könnt wieder eure Meinung drunter schreiben. Ich kriege dann immer schöne Komplimente. Hast du gut befüllt, abwechslungsreich und zumal da kann sich manch ein anderer Adventskalenderpacker eine Scheibe von abschneiden, ne? Und die kommen auch wirklich, habe ich schon am Anfang erwähnt, sehr gut an, muss ich sagen. Und ich habe bis jetzt gute Preise für die Kalender bekommen. Also da war ich wirklich erstaunt, manchmal zum Teil. Ja, ne? Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, möchtest du gerne ein Dornchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich euch ein. Ach ja, ich habe momentan ein Gewinnspiel am Laufen. Das werde ich euch mal, entweder lief da schon in der Infobox oben, ne? Fünf Karten, könnt ihr mal gucken. Genau. Oder wenn nicht, blende ich euch das hier ein. Mal gucken, wie ich das mache, ne? Genau. Ähm, Playlist von meinen Ebay Adventskalendern, siehst du hier und Anregungen und Geschenkideen, was man so reinpacken könnte, ne? Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren, würde mich richtig drüber freuen. Ist auch völlig kostenlos, das Abo, ne? Und hier siehst du aktuellsten Upload und Video-Vorschlag und ich sage jetzt Tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, euer Handi. Ich bin gleich.